Dieselmotoren sind die effizientesten Verbrennungsmotoren, die es gibt. Dieselmotoren gelten als sehr sparsam, der Dieselkraftstoff ist preiswert und die Laufleistung von Dieselmotoren ist in der Regel wesentlich höher als die von Benzinmotoren. Bis vor kurzem galt der Dieselmotor gerade bei Vielfahrern als das Nonplusultra. Aber nun wird der Dieselmotor von Umweltschutzverbänden, von Politikern der Altparteien und vielen Medien als Klimasünder verteufelt. Dabei sind sämtliche Dieselfahrzeuge in Europa für gerade mal drei Prozent des CO2-Ausstoßes verantwortlich. Wenn wir also nach klimaschädlichen Emissionen fragen, müssen wir da nicht ganz woanders hinschauen? Eine Studie vom NABU ergab kürzlich, dass 74 von 76 Kreuzfahrtschiffen in Europa nicht in der Lage sind, Landstrom aufzunehmen. Sie müssen in der Zeit, wenn sie im Hafen liegen, ihre Schwerölaggregate laufen lassen. Ein durchschnittliches Kreuzfahrtschiff erzeugt so viel Schwefeldioxid wie 376 Millionen Pkw. Es gibt Tage, da liegen allein im Hamburger Hafen drei oder vier Kreuzfahrtschiffe, was das wohl für die Umwelt und für die Anwohner bedeutet. Bleiben wir in Hamburg. Auf dem Hamburger Flughafen kommt es täglich im Schnitt zu gut 200 Starts und Landungen. Ein mittleres Passagierflugzeug stößt pro Flugstunde circa 8500 Kilogramm CO2 aus. In der Startflugzeuge in der Startphase dürfte es deutlich mehr sein. Im Kyoto-Protokoll von 1997 wurden die Emissionen des Luftverkehrs übrigens komplett ausgeblendet. Warum wohl? Und was fällt in Altparteien zur angeblichen Klimarettung ein? Die Autofahrer sind mal wieder schuld. Zuerst trifft es die Dieselfahrer. Die ersten Umweltzonen wurden eingerichtet. Einfahrt für Dieselfahrzeuge verboten. Die Dieselfahrer müssen jetzt längere Wege in Kauf nehmen. Das ist natürlich mit mehr Emissionen verbunden. Nur die werden woanders ausgestoßen. Erst Hamburg, dann Stuttgart. Demnächst auch in Frankfurt am Main. Die wirtschaftlichen Konsequenzen zum Beispiel für Taxiunternehmer, für Handwerksbetriebe und Lieferanten, können sie sich ausrechnen. Dieselfahrzeuge haben bereits jetzt enorm an Wert verloren. Was passiert eigentlich mit den Dieselfahrzeugen, die jetzt weit unter Wert verkauft werden? Viele davon landen in Osteuropa und fahren dort mindestens genauso lange weiter, wie sie es in Deutschland getan hätten. Die Altparteien wollen die Autofahrer mit aller Gewalt zum Kauf von Elektrofahrzeugen bringen. Dabei ist das alltags- und massentaugliche Elektroauto, von dem die Klimaretter träumen, noch gar nicht erfunden. Die Batterien sind leistungsschwach, die Rohstoffe kommen aus politisch instabilen Ländern und deren Herstellung ist eine ökologische Katastrophe. Eine ausgereifte Technologie soll auf dem Altar der Klimaideologie geopfert werden. Die AfD sagt Ja zum Diesel und Nein zu Fahrverbotszonen für Dieselfahrzeuge, Nein zu Klimaideologie und Nein zu einer vollkommen verfehlten Klimapolitik. Für Dieselfahrer gibt es nur eine Partei, die Alternative für Deutschland. Untertitelung des ZDF für funk, 2017